schön 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 so wird man den zu machen ich meine ja so das würde ich echt gerne machen ich würde das echt ganz zum pflastern den schraubenzieher machen wir hier vielleicht mal weg setzen wir hier den dahin dann können wir nämlich wirklich sagen 76 so war das zack 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 eigentlich wollte ich so machen und so okay gut dann würde es theoretisch da oben weitergehen theoretisch ich will da aber grad gar nicht weiter da gibt es auch noch was irgendwie habe ich tierisch spanne vor diesen mies monstern das hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen dass ich schon mal mit denen negative erfahrungen gemacht habe sechs so zwei dann haben wir hier vier und dann haben wir hier vielleicht mal acht und essen die kleinigkeit nur noch 30 oder ok hier will ich sagen gehen wir hier hoch gehen wir da hoch gehen wir dahin gehen wir dahin sagen wir hier licht 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 lund licht 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 auch weg du kommst weg du kommst weg du kommst weg du kommst weg und du und dann hier natürlich auch haben wir kohle und zwar ganz viel okay da ist noch kohle noch kohle ich glaube ich muss hier mal eine fackel hinhauen okay also auf jeden fall nichts offensichtliches dann müssen wir zu den nächsten offensichtlichen kohlen weiter da ist natürlich wahrscheinlich ein fall ins dienstag hier würde ich hier mal eine fackel hinsetzen und dann das zeug weiter abholen so ich lasse es erst mal so dass man halt wirklich sukzessive und da eingraben da hinten jetzt auch noch weiter hier haben wir wieder eine schöne große höhle entdeckt allerdings nicht die ressourcen ich gerne hätte ich hätte gern irgendwie hochwertige ressourcen ok dann haben wir hier mal vier und sagen hier fackel so eine neue schaufel höre ich schon wieder irgendein monster zack 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 und zack so und dann würde ich hier mal sagen das lasse ich jetzt für den anfang vielleicht mal ok das ist dann halb so dramatisch das ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht dann ja hätte ich den shot eigentlich liegen lassen können auf der anderen seite kann ich da jetzt natürlich sowas machen 6 natürlich zack 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 warte mal ok dann war das 6 so und dann war das hier so und dann machen wir dich halt wieder weg und dann haben wir dich mal wieder richtig hin 5, zack, und dann gehen wir wieder auf 1 oder auf 4 und dann auf 1 so, dann geht es da auch schon wieder weiter Halleluja so, irgendwie Schaden ist zwar an, aber das macht mir keinen Schaden also entweder ist meine Rüstung imbar, oder was ich nicht glaube, dass es eine reine Stahlrüstung ist und gegen Mies keine Chance haben sollte oder irgendwas ist mit dem Schadensystem noch nicht so richtig Höfe, lass mich in Ruh Ach, da oben Okay, 4 So Ich wollte mir echt einen Bogen zulegen für Fernkämpfer oder sowas So Würde ich hier mal sagen Gehen wir mal da gucken Gehen wir mal Höhe Ah Habe ich da jetzt was gekriegt Nee Die droppen nix mehr Also ich bin da eigentlich der Meinung, dass die frühe Sachen gedroppt haben Also, dass man, wenn man sie beschlagen hat Zum Beispiel diese Sandmonster hat man Sand gekriegt Diese Mumien hat man Na komm Kann sein, dass ich da jetzt gleich wieder einen Kreis habe Oh, oder auch nicht Also auf jeden Fall haben wir da eine interessante Mine gefunden Eine interessante Höhle haben wir da gefunden Oh, hier gibt's Dirt Oh, hier gibt's Dirt Halleluja Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja mal echt eine krasse Höhle Okay Okay, hier haben wir zumindest jetzt mal wieder eine Sackgasse Mir gehen die Fackeln aus So, da oben ist noch Massenhaftzeug So, dann würde ich mal das da wegpacken Und das da wegpacken Und da ein bisschen Kohle hintun Okay, das reicht mir eigentlich auch schon Und ich hab keine Sticks mehr Das heißt, mir gehen eh gleich die Materialien aus Aber wir können hier diesen Raum noch ein bisschen erkunden Also eigentlich will ich dich da haben Okay Also gerade ist ein bisschen interessant hier Das hier, die Höhle, ist echt spannend, muss ich sagen Vor allem unglaublich verzweigt Also ich weiß, wie gesagt Ich weiß nicht, ob ich da wieder zurückfinde Okay, hier haben wir Sackgasse Und da oben geht's schon wieder weiter Bah, ist das eine Höhle Okay Okay, aber wir haben keine Sticks mehr für Für Sachen Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal mit, was ich mitnehmen kann Und dann flüchten wir wieder Da gibt's Kohle Und Kohle Kohle und Kohle So, dann würde ich hier mal wieder Licht machen Wieder auf Spitzhacke gehen Und die Kohle hier unten einsacken Ey, Kohle kann man ja nie genug haben So Ich finde es ein bisschen schade, dass ich halt so viel Kohle habe Aber so wenig andere Materialien Okay Okay Ja Okay Vielen Dank.